Willkommen in meinem Atelier. Ich bin hier gerade ein Bild, um etwas anzuwenden. Das ist ein Kundenwunsch. Und mal schauen, was es daraus gibt. Mein Name ist Mario Bergemin. Ich bin jetzt vier Jahre in diesem Atelier. Ich sehe alles Mögliche. Ich sehe und male, was ich sehe, an Fotos, an Bildern oder an Landschaften. Im Sommer ein wenig voraus sind hinter mir hier im Atelier. Wir machen auch viele Kundenwünsche mit. Auch wenn sie mein Haus malen können oder so. Ich habe jetzt den Wunsch und den Kunden, um das Bild ein wenig anzuwenden. Ich sollte dann an den See gehen oder etwas über die Berge. Ein Hirsch ist noch gestanden. Dann gehe ich jetzt weg und schaue einmal, was es daraus gibt. Dann darfst du jetzt wieder arbeiten. Man kann alles möglich machen. Im ganzen Atelier. Ja, das sind so die schönen Urschenbilder, die den Leuten sehr gut passen. Passend, vor allem an den Kindern. Die haben Freude mit ihnen. Und ja, so ein bisschen Hirschen. Das ist wie die Landschaft am See hier. Das unten, wo man sieht, das ist in Herbstätts. Im Linksraum bereits Schnee. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu lösen. Das ist ein Wunsch von jemandem, der das so hat wollen. Eigentlich mit ein paar Leuten am Tisch. Mit vielen Esswaren drauf. Und ein bisschen Wein. Das ist ein Ausnahmes Fest. Das hat sich auch so gegeben. So ein Wunsch. Auch im Grunde ein Wunsch. Das ist nie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020